moin leute was geht jetzt wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr diesen hasen ist auf mauer der toten machen könnt und zwar müsst ihr hier sechs teile erstmal aufsammeln und ich zeige euch wo alle sechs sind teil nummer eins befindet sich hier unten in der gasse in der ecke da habt ihr das erste hasen teil das hebt ihr auf hase nummer zwei befindet sich im hotel zimmer 304 auf diesem tisch hase nummer drei befindet sich im kanalisations zugang hier unten hase nummer vier befindet sich in ostberlin hier in der bar hase nummer fünf befindet sich hier im bauernladen in diesem regal und der letzte hase befindet sich in westberlin wenn ihr euch hier oben auf seid und zwar in diesem regal wenn ihr dann alle sechs hasen habt dann werdet ihr rüber teleportiert und hier müsst ihr jetzt drei zombiewellen überleben leute und wenn ihr alle drei zombie wenn überlebt habt dann öffnet sich dieser bereich und ihr könnt euch hier für eine tür entscheiden und wenn ihr glück haben solltet leute und die tür findet wo das beste loot rauskommt dann bekommt ihr noch die visitenkarte hauptgewinn so das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal